Von allen meinen Reisezielen ist Fidji mein Lieblingsplatz auf diesem Planeten. Die Fidjianer sind die herzlichsten Menschen, die ich an einem der schönsten Orte der Welt kennenlernen durfte. Die Tauchgründe von Fidji sind weltbekannt für ihre schillernden und farbenfrohen Korallenriffe. Wände bedeckt mit wunderschönen Weichkorallen, unzähligen tropischen Fischen und den besten Haithauchrevieren überhaupt. Nachhaltige Ressorts bieten Gästen ein tropisches Naturerlebnis, während sie ständig daran arbeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Viele der Ressorts haben Biologen angestellt, die mit ihrem Wissen die umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Ich liebe die Mantarochen. Die Mantas kommen zu uns zwischen April und Oktober und wenn sie da sind, ist es eine fantastische Erfahrung. Sie sind einer der Gründe, warum Menschen die Fidjis besuchen. Deshalb ist es sehr wichtig für uns, diese Tiere zu schützen. Die Mamanussa Environmental Society hat mit dem Mana Island Resort eine Schildkrötenstation errichtet, wo sich verletzte und geschwächte Schildkröten regenerieren können. Wenn sie wieder fit sind und ausgebildert werden können, feiern wir das mit einem kleinen Fest. In umweltfreundlichen Ressorts auf den Fidji-Inseln haben Gäste die Möglichkeit, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, indem sie an Naturschutzprogrammen teilnehmen. So tragen sie dazu bei, die Umwelt in einer besseren Beschaffenheit zu verlassen, als sie sie vor ihrer Ankunft vorgefunden haben. Umweltschutz rentiert sich auf Fidji und steckt voller Abenteuer und Spaß. FURA! FURA!